Ein ganz wichtiger Sieg der Fortuna, der ein bisschen glücklich ist, wenn man den Zeitpunkt sieht oder die Zeitpunkte beider Tore kurz vor der Pause und beim Torschluss. Aber er lohnt für diese große mentale Stärke, die diese Mannschaft schon häufig gezeigt hat. Es gab eine ganze Menge später Treffer schon in dieser Saison, meistens sogar sehr wichtige. Und das Wichtigste heute war, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass dieses ganze Theater um die Vertragsverlängerung von Friedhelm Gunke abgehakt hat, dass das nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist, aber dass sie es richtig verarbeitet, richtig weggesteckt hat und sich nun ein dickes Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet hat. Jetzt gilt es, dieses zu verteidigen, was vor sechs Jahren im letzten Bundesliga-Jahr nicht gelungen ist. Aber das ist eine ganz andere Mannschaft jetzt, ein anderes Trainerteam, eine ganz andere Situation. Und die Ausgangsbasis ist jetzt hervorragend.